Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Trine 3. Ich bin Prinzesslea und bei mir ist mein BFF Lurz. Hi. So, ähm, wir haben letztes Mal bis zu der Mission hier, zu diesem Kringel hier gemacht. Und, um die Mission hier zu machen, bräuchten wir 450 von diesen Ecken. Keine Ahnung, ob die Namen haben, ist mir auch egal. Ja, ähm, das heißt, wir müssen halt doch erstmal diese kleinen Missionchen, was auch immer, was das ist, durchmachen. Und, weil wir halt letztes Mal festgestellt haben, es ist einfach echt easy, hier durchzukommen, haben wir gesagt, gut, wir machen jetzt einfach mal, ähm, das so einstellen, dass jeder von uns zum Start der Mission kann er sich einen Champion auswählen, Charakter wie auch immer. Und dann kann er nicht mehr switchen. Zumindest denke ich das. Also, wir haben es von unbeschränkt auf klassisch bei den Einstellungen da gemacht. Das heißt, ich nehme einfach an, wenn wir jetzt mit dem Kerl, mit dem Pontius und mit dem Amadeus da reingehen, dass wir das ganze Spiel über Pontius und Amadeus spielen müssen. Dann haben wir vielleicht noch so ein bisschen Schwierigkeitsgrad drin. Hoffe ich zumindest. Okay, gut, ich starte dann. Die Abteilung. Soja, du hast nie erzählt, was du eigentlich gerade getan hast, als Trine dich holte. Bestimmt wieder was Verbotenes. Es ist nicht verboten, verlassene Ruinen zu betreten. Ich sollte dort etwas für eine arme, alte, blinde Frau beschaffen. Ein altes Dokument. Gedichte, die ihre Urgroßmutter verfasst hatte. Gut, also das mit den Charakteren hat sich für diese Mini-Motion scheinbar geklärt. Da muss man scheinbar in die ganz bestimmten. Rette mich. Ich glaube, du musst erst zurück. Nochmal zurück auf die andere Seite und das Ding ranziehen. Genau. Oh, oder so. Super gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Komm, ich rette dich, warte. Äh. Ich hätte jetzt gelacht und dann hätte ich, sorry, gesagt, wenn dein Seil durchgegangen wäre. Ich habe das nämlich erst in dem Moment so gedacht, so, Moment, kann ich das abmachen? Ähm. Achtung, meine Güte. Ah, okay. Also, ich hänge hier noch ein bisschen ab. Versuche mich richtig zu, naja, zu schwingen. Nein! Es könnte sein, dass ich gerade in den Tod gefallen bin. Und es könnte sein, dass ich auf der anderen Seite gespawnt bin. Oh, das wird jetzt lustig. Äh, bitte, was muss es stammt? Scroll dich mal runter. Genau. Und ich weiß nicht, ob man es so machen muss, aber ich habe gerade versucht, so nach rechts zu schwingen und dann genau das. Was? Vor allem, da hinten gibt es auch noch irgendwas, denke ich mal, oder? Ich glaube, das kann man drehen. Ich glaube, das kannst du hier drehen, weißt du, so. Und dann kannst du ihn hier hinfahren. Irgendwie. Meinst du, das geht? Ja, natürlich geht das. Wir sind manchmal echt zu dämlich. So, ähm, stell dich mal drauf. Du weißt, dass das Ding unten, unten Dinger dran hat? Ja, ich weiß, aber... Achso, du meinst für... Und jetzt? Jetzt hängt es an dir. Kipp, 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 geil! Ich finde es immer noch kacke, dass du die ganze Zeit, dass du links und rechts drücken musst, um dann deinen Wänden abzuspringen. Ja, es ist... nicht unbedingt perfekt. Oh, warte mal. Ach, leck mich. Komm schon! Ja! 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 Wuhu! Super! Höh! Oh! Okay. Ernsthaft, dafür war das jetzt? Ne, da oben ist noch ein Teil. Oder? Oh, oder auch nicht. Egal. Doch, da ist eins. Zieh! Ne, das ist ein Fackel. Zieh! 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 Und dreh! Ne, zieh! Und dreh! 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 Drehen! Dreh! 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 Schieb! 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 Soll ich das hier drauf stellen, oder was? Ja! Ich nehm's mal an. Oh, warte in die falsche Richtung. Huuup! Mach nochmal! Ehh! Ehh! So. Ah, job, da geht's weiter. Kedug! Ein Drache! Oh! Bitte sag mir nicht, du bist hinter mir gespawnt. Na, ich würde gerade sagen, ich hab's. Diese Kante führt mich zum Riesensmaragd. Oh, das war's. Oh mein Gott, das war so schwer! Das war jetzt sowas von schwer. Kann ich irgendwo nachgucken, wie viel Ding haben wir von den... Oben rechts? Oh! Äh, jetzt kannst du... Guck mal, wir können... Äh, klassisch bedeutet, dass wir... Wir können immer noch untereinander switchen. Wir können nur nicht denselben gleichzeitig nehmen. Nein, ich kann nur Amadeus jetzt nehmen. Echt? Nein! Ich kann nicht mehr wechseln. Ah ja. Hä? Du kannst den Charakter, der gerade frei ist, kannst du jetzt nochmal nehmen. Ja, aber ich muss mit C wechseln, mit den Tasten, mit den, äh, mit 1 bis so und so viel. Ah. Oh, okay. Nichts schlimm. Abenteuer beginnen? Jupp. Das werden wir eh... Warum haben wir jetzt eigentlich gemacht? Jetzt kriegen wir wahrscheinlich eh wieder einen festen Charakter. Hm. Lasst uns ein... etwas Spaß haben. Ja. Ah, du Scheiße. Was? Da stehen riesige Steine rum. Autsch. Ach, herrje. Einfach durchmetzeln. Und in Kugel einstoßen. Ja. Oh. Das war... schwer. Sehr schwer. Ich meine... Oh, war das schwer. Mal ganz ehrlich, was sollen denn jetzt bitte diese Mini-Motion bringen? Dass man mit dem Champion, also mit dem Charakter, soll das grüßen, klarkommt oder was? Ich vermisse die Zeit, als das Artefakt... Hä? Ich habe neue Missionen angefangen. Aber diese Mini-Mission, was soll das denn bitte bringen? Weil es gerade interessant bei mir war. Hm. Du schwebst bei mir einfach nur doof in der Gegend rum, die ganze Zeit. Kommst du? Ja, bis du gesagt hast, kommst du hast bei mir doch die ganze Zeit so total doof in der Gegend rumgestanden. Ah, ein Gegner. Kommt der denn her? Na mal. So. Na mal, Anstürme. Habe ich gemacht. Hey, wir sind zu zweit. Scheißegal, ob ich runterfalle. Okay. Oh, okay, reicht das schon. Oh, Salz, die hochkommen. Komm, wir fängst her. Los. Auf geht's. Beeil dich. Ah, noch mal ein Gegner. Hup. Wie war das? Du bist so leichtfüßig wie einiger Zelle, oder wie hieß das, wie ich heute besitze? Ja, ich hab den Gegner irgendwie durchs Tor gekickt. Da kommt er wieder. Nein! Hm. Ha! Was zum Hinge... Geht dann die Tür zu, oder was? Das ist Tor zu. Wart mal. Oder was macht's, wenn ich darauf geh? Dann geht hier das Tor zu. Ja, das Tor geht zu. Äh. Okay, was war jetzt der Sinn der Sache? Ich hab keine Ahnung. Ich versteh's grad nicht. Hm. Hm. Okay. Hup. Okay, warte. Ich stell mich mal auf die andere Seite. Hup. Ja. Da ist da was dran zu. Also hier ist's. So. Der eine steht da drauf, äh, unter anderem muss er in das Ding rein, dann kann er da oben das Teil einsammeln. Denk ich mal, oder? Ah, okay. Ähm. Guck mal. So. Ah, da komm ich auch nicht weiter. Kann man das irgendwie da oben draufhängen, oder so? Das Teil hier? Sonst wüsste ich nicht, wofür das gut ist. Keine Ahnung. Lauf mal zur anderen Seite. Hm? Ey. Au. Lauf dann mal, äh, zur Mitte, beziehungsweise zur linken Seite von dem Teil, dass das ein bisschen nach unten geht. Langsam. Du weißt, dass hier, äh, über dem anderen Ding noch ein... Kein Teil, der ist nicht weiß. So. Und... So. Na also. Jetzt können wir immer noch das Ding da holen. Okay. Ich wollte nur den Wagen haben. Ich weiß nicht, ob wir da noch rankommen. Bitte, was? Frag nicht. Ups. Ich glaube, du musst auf die andere Seite gehen. Ich will mich da oben draufstellen und den Wagen ein bisschen in die andere Seite katapultieren. So. Auf geht's. Ja. Komm schon. Schnell. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Kann man jetzt zurück machen? Oh mein Gott. Das wird jetzt lustig. Okay. Lalalalalalalala. Wupp. Ich hab keine Art auf deinen Charakter geguckt. Nein! Oh Mann. Oh Gott. Okay, auf geht's. Was ist das? Die Dinger einsammeln machst du jetzt nicht, ne? Ey, aber wenn wir da reinfallen, hält es das für eine kurze Sekunde ein. Vielleicht, wenn wir da was reinkicken. Was hier alles... Hier ist alles nichts reinkriegbar. Toll. Oh Gott, ich krieg'n Drehschwindel hier drin. Das ist so schön. Du merkst, ob du langsam zerknirscht wirst. So, okay. Autsch. Ich will das Ding haben. Ich will das Ding haben. Oh Gott. Das ist grauenhaft. Autsch. Oh, scheiße, ey. Was ist das letzte Ding noch? Sag mal. Hast du mich gerade angerabelt? Hast du mich gerade angereipelt? Nein, du hast mich angerempelt. Mhm. Sollen wir jetzt einfach die kleinen Missionen weitermachen? Weil, da kriegen wir 150, dann hätten wir 600. Ich glaub, dem brauchen wir 900 oder so. Ne, 700. Ja, wir kriegen definitiv nicht genug. Sollen wir also Missionchen hier auch noch machen? Jo. Gut, die Leute, die zugucken, können sich's ja durchlesen. Ich hab keinen Punkt mehr zu tun. So. Auch nur. Nein! Ich hab die falsche Taste gedrückt. Bin ich da rum? Ja. Darum. Genau das hab ich nämlich auch gemacht. Ich hab auch nämlich den WUAA gemacht. Den WUIK BUMB. Den WUIK BUMB. Ah! Okay. Hab's rausgebunden. Und los, 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 los! Und springen! Springen! Super. Wir können keinen War-Run machen hier, oder? Oh, nee. Aber du kannst dich da dran festhalten. Warum machen die so viele Drehschwindelsachen? Was noch nicht glaubt? Dann musst du, genau, darüber sprechen. Ich würde gerade sagen, wenn du versuchst, die andere Seite zu beschieben. Nein! Nein! Ähm, du musst aber zurückkommen. Erster, bitte! Irgendwie, ja. Was zum... Hä? Was zum Hänger ist denn jetzt passiert? Ich bin draufgegangen. Ich glaub, du warst zu weit entfernt, deswegen bin ich... ...irgendwie... ...weißt du? Äh, wenn du hier jetzt drauf gehst, kann ich mal nicht weiter. Ich war wahrscheinlich zu weit entfernt, einfach. Nee, ich bin draufgegangen, der hat mich umgebracht. Ah, oder so. Ach, ach du! Warum bitte wird man da hinten gespawnt? Keine Ahnung. Ich weiß, du kommst zu mir. Ja, ich wollt grad sagen. Na toll, bist du schon wieder auf der falschen Seite. Oh, komm, jetzt ist es wirklich super. Oder auch nicht. Du, jetzt ist es wirklich sehr gut. So. Das ist so schön, ich weiß nicht, welcher von dir und ich bin. Töto. Weil du bist zwar schon irgendwie mittig, aber wenn du dich bewegst, dann gehen wir auch wieder ein Stück nach rechts und nach links. Oh Gott. Okay. Wupp. 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 suspected oderquently으면서 machen die flussenden Muss ihr mal ein bisschen drehen? Ähm. Ich glaub, es geht. Ähm. Ich glaube, hier geht's weiter. Also, gehst du hinten das Ding hoch? Dann kommst du wieder zurückgestürmt. Okay. Geh du mal erst drauf. Ja, sorry. Du bist drauf? Dann kannst du entweder nach ganz oben, dann kannst du dich oben draufstellen oder einfach so rüberspringen. So. Piep! Mua! Ich finde den Ausgang nur, wenn ich auch danach suche. Also, gehen wir's an. Das Problem ist, dass wir das jetzt irgendwie... Genau. Wie sie? Genau. Nur... Ah, ich weiß was. Du musst jetzt hoch... Einer macht's hoch und der andere... Okay, eins. Nee, 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 nicht da. Hier drüben. Du musst... Zu mir... Du musst bei mir drüben stehen bleiben. Und wenn er dann zurückgekommt... Weißt du? Ja, verdammt, zu spät. So. Okay, noch mal. Boop. Ja. Ja! Vielen Dank.